Es hat sich viel getan seit der letzten Aufnahme. Zwei Livestreams gab es schon und es hat sich auch im Supermarkt wahnsinnig viel getan. Was sich alles geändert hat, was jetzt alles neu ist, das gucken wir uns an. Also, schauen wir mal eben rein. Wenn du natürlich im Livestream dabei warst, weißt du schon das meiste. Es hat sich größenmäßig einiges getan. Und ich habe jetzt gerade zum Ende des Livestreams auch noch direkt einen zweiten Kassierer geholt. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Kassierer. Ich mache mal eben ein bisschen Licht an hier. So, wir haben zwei Kassierer im Laden. Der Laden ist zweimal aufgewertet worden. Erste Aufwertung waren zwei Kästchen. Also, hier hin und hier hin. Und die nächste Aufwertung hier hinten, der Bereich auch noch dazu. Also, das ist ja immer in so 4x4 Blöcken sozusagen. Wird das ja irgendwie auf- oder vergrößert sozusagen. Und hier und hier ist, glaube ich, ein, eins, zwei, drei, vier. Und dann hier nochmal eins, zwei, drei, vier. Das sind so diese Blöcke. Und wie gesagt, hier zwischen auch nochmal. Also, man, beziehungsweise hier hinten. Ne, hier zwischen. Also, wie gesagt, zweimal aufgewertet. Das Ganze ist jetzt deutlich größer. Und dementsprechend haben wir natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, Regale zu stellen. Plus, ja, natürlich auch neue Lizenzen, um neue Artikel verkaufen zu können. Das war ja hier anfangs alles schon mit den Süßigkeiten und Kaffee und Tee. Und dann gab es hier sowas. Braun Zucker kam noch dazu. Oder dann kam da noch zu, hier oben, diese Macaronis. Die waren, glaube ich, noch mit dabei. Und hier der andere Käse, der auch immer wieder ganz gut funktioniert. Andere Größe von Eiern sind jetzt mit dabei. Also, es hat sich wirklich einiges getan. Und jetzt gerade zuletzt auch noch mit dazu geholt. Ja, sowas wie Reinigungsmittel im Großen und Ganzen. Also, so Weichspüler oder so, was sind das hier? Keine Ahnung. Irgendwelche Reinigungsmittel, Handseifen und so weiter. Und hier so Waschmittel oder Spülmaschinentabs und Toilettenpapier. Und ich bin auch gerade nochmal in den Preisen reingegangen. Weil wenn man sich das jetzt hier anschaut, sieht das ja richtig, richtig gut aus. Wir machen, wir könnten theoretisch, wenn wir an den Marktpreis rangehen, auf, sagen wir mal 15,50, hätten wir hier 5 Dollar Gewinn. Das wäre der Hammer. Aber ich versuche gerade unter den Marktpreis zu gehen. Und dann lieber nur 3 Dollar Gewinn zu haben. Und dann geht vielleicht noch ein bisschen mehr. Ist halt die Frage, ist das so? Geht da wirklich mehr? Oder eben nicht? Und deswegen müssen wir das mal ein bisschen testen. Auch hier bin ich gerade mal ein bisschen runtergegangen. Das sind dann 4 Dollar Gewinn. Und das habe ich eben bei verschiedenen Artikeln auch noch so gemacht. Auch hier immer noch richtig gute Marge. Wenn man das eben mit anderen Produkten vergleicht, dann liegt man so meist so bei ungefähr 2,50 Dollar. Genau. Also das ist so der Durchschnitt. Um die 2. Manchmal sogar noch deutlich drunter. Manchmal auch ein bisschen drüber. Aber das ist doch nicht so schlecht. Aber meist so, wie gesagt, um die 2,50 ist hier die Marge. Und das, ja, ist halt nicht so der Burner. Das heißt, wir müssen wahnsinnig viel verkaufen, wenn wir das alles dann, oder wenn wir damit dann eben nur mit diesen billigen Artikeln richtig Cash machen wollen. Apropos Cash. 3.000 Flocken oben rechts in der Ecke. Auf dem Weg zum Level 24 auch schon. Und ab Level 25 gibt es dann die nächsten Erweiterung. Ich habe gerade mal aufgemacht den Laden. Moinsen. Grüße. Und jetzt kann es losgehen. Das Schöne ist jetzt, dadurch, dass ich jetzt zwei Kassierer habe. Mit einem Kassierer war es schon deutlich entspannter. Ganz chillig. Man konnte einfach mal zwischendurch aufstehen. Die meisten Kunden sind zum ersten Kassierer gegangen. Hoch motiviert der Kassierer. Ein Feuerwerk an Emotionen. Ein freundlicher Mensch. Also das ist wirklich der absolute Oberhammer. und an Geschwindigkeit auch kaum zu übertreffen. Ich glaube, der tut sich nach der Arbeit immer was an. Sonst hält er das nicht aus. Hammerhart, ey. Hammerhart einfach. Aber es läuft. Es läuft. Und jetzt, wie gesagt, mit zwei hoch motivierten Kassierern. Da kann es doch eigentlich nur besser werden, oder? So soll das doch. Guck mal, er hier auch. Zack. Guck mal, die holt sich direkt dreimal Toilettenpapier. Oh, da muss ich direkt nachholen. Und das ist halt jetzt das Gute. Ich habe mir jetzt quasi hier so ein bisschen Lager aufgebaut im hinteren Bereich. Wo habe ich jetzt das Toilettenpapier? Ah, da. Und kann jetzt einfach immer schön interagieren. Sofort mit den Regalen. Und sofort reagieren, wenn hier irgendwas ausgeht. Und Bestellungen nachholen. Und gucken, dass das hier läuft. Denn wir haben jetzt mittlerweile, ja, ich sag mal so um die, ja, ich sag mal so 40, 50 Kunden pro Tag. Und das ist halt dann schon einiges. Das läppert sich. Und auch wenn die jetzt hier so langsam unterwegs sind, ich finde das ist voll okay. Wenn die jetzt beide hier, biep, 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 beide dann kassieren, dann ist das schon ganz okay. Und ich kann dann jetzt hier schön entspannt durch die Regale rennen. Und kann dann Sachen nachfüllen, die dann fehlen. Und dementsprechend immer dafür sorgen, dass wir ausreichend von allem zur Verfügung haben. Da muss ich dran. Ne, auch nicht. Ich muss an das da dran. Auch nicht. Ach so, das Offene ist daneben. Naja, dann machen wir eben auf. Ich dachte, da wäre noch was offen. Zack, 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 zack. Das auch noch. So, dann stellen wir das jetzt einfach hier ganz entspannt oben drauf. So, dann haben wir die Milch auch da. Lager läuft. Und das Toilettenpapier. Oh ja, die Preisveränderung macht sich bemerkbar. Ich glaube, ich muss gleich Toilettenpapier nachkaufen. Ja, ich kaufe das beides jetzt schon nach. Das ist halt richtig gut. Toilettenpapier. Eins, zwei, drei, vier Stück. Und der andere Reiniger. Wie heißt denn das? Heißen die Tabs? Die heißen Tabs. Hol ich auch nochmal zwei Stück. Zack, geordert direkt. Haha. Jawohl. Jenga. Was für ein Turm hier. Was für ein Turm. Zack, das auch direkt. Und dann von hier die Tabs nochmal nachschmeißen. Oh, ich glaube Tabs hatte ich sogar noch offen irgendwo. Hatte ich die nicht noch offen rumstehen? Dahinter, ja. Jetzt stehen die da zweimal offen. Eieiei, naja, passt schon. Wird ja nicht schlecht. Toilettenpapier geht schon wieder. Also, da muss ich echt Gas geben. Das Toilettenpapier hier schön vorrätig halten. Denn jetzt, wo die Preisänderung da ist. Na, passt das? Passt. Wo die Preisänderung da ist, dann muss das natürlich jetzt auch laufen. Und immer vorrätig sein. Guck mal hier, kann ich direkt wieder auspacken. Er gönnt sich auch nochmal zwei. Direkt wieder nachgefüllt. Er gönnt sich drei. Übertrieben. Oh, ich glaube, ich muss gleich noch ein paar mal nachordern. Aber so ist das natürlich richtig nice. Das macht da natürlich schon Bock. Weißt du was? Wenn das gleich wirklich so ist, hole ich hier eine Zehnerladung komplett Toilettenpapier. Wenn das so läuft hier die ganze Zeit. Das wär's. Und drei. Nicht schlecht. Wir haben es vier Uhr, halb fünf. Bis 21 Uhr läuft das Ganze. Kuchen sind noch da. Das sind, glaube ich, andere. Das sind die wieder andere. Ich glaube, ist hier Schokolade. Ja. Das Geübte auch. Glück gehabt. Hoppala. So. Ja. Macht das Ganze deutlich entspannter. Ich sag's dir. Deutlich entspannter. Oh, jetzt können wir mal hier gucken. Die Spagetten. Die gehen langsam zur Neige. Wo hatte ich denn die Spaghetti's noch hingeschmissen? Da hinten. Ja. Da packen wir mal eben aus. Ja. Sehr, sehr cool. Das macht's, wie gesagt, ja. Nicht nur entspannter, sondern eben auch einfach übersichtlicher. Man kann da, man hat einen schönen Rhythmus hier drin. Man weiß, wo man nachguckt und so weiter. Man kann das ein bisschen besser sortieren. Also deutlich angenehmer, so wie es jetzt gerade läuft. Und die Kohlen kommen halt auch rein. Die Mitarbeiter, die kosten ja 80 pro Tag. Und das geht absolut fit. Also das ist voll okay. Wenn man jetzt überlegt, die machen das ja komplett hier. Und die Leute sind halt, sind auch einfach so mega geduldig, ne. Die stehen ja hier einfach die ganze Zeit. Und denen ist es ja komplett wurscht. Das passt auch noch. Ja, Kaffee ist noch soweit okay. Tee. Eigentlich auch noch voll okay. Ist das Ding leer? Ne, da ist noch eine Reihe drin. Zack, das Mehl. Sehst du? Oh, da sind die Makaroni, die werden langsam leer. Die hatte ich aber auch noch irgendwo. Ist hier getränkemäßig noch alles da? Ja. Ja, den Überblick behalten, ne. Das ist jetzt das A und O. Und eben ausreichend in den Regalen haben. Ausreichend, dass man zumindest mal den ganzen Tag quasi überlebt. Ich glaube, das ist so der Knackpunkt. Guck mal hier, wird ordentlich geplündert. Käse ist auch noch da. Jetzt nochmal schnell an die Makaroni. Ich glaube, das sind die einzigen. Ne, das war Reis. Wo sind die Makaronen? Wo sind die Makaroni? Ich habe keine Makaroni mehr. Das ist schlecht. Ich habe noch Toast. Das ist schlecht. Aber wir haben, doch, wir haben jetzt gleich 21 Uhr. Ich glaube, das war es. Vielleicht klappt das noch. Das wäre doch nicht so verkehrt. Da ist noch alles. Da ist noch Brot. Da ist noch zweimal Salz. Wurde doch bestimmt schon gekauft. Auch dreimal Salz sogar. Perfekt. Na siehste. Guck mal, da haben wir es doch schon geschafft. Den Tag gut überstanden. Hier wird noch ein bisschen geplündert. Aber im Großen und Ganzen ist einfach alles da gewesen. Und das ist halt das Wichtigste. Oh, da kommen noch welche rein. Und das nach, eigentlich schon nach Feierabend. Also das, da kommt noch eine. Weil wir einfach noch offen haben. Und wir haben schon lange, gefühlt schon seit einer Stunde, gefühlt schon seit einer Stunde, 21 Uhr. Und die kommen trotzdem noch rein, weil einfach offen ist. Finde ich gar nicht schlecht. Und er kauft tatsächlich auch nochmal Makaroni. Glück gehabt. Und er deckt sich nochmal ordentlich ein mit Toilettenpapier. Wer weiß, wer weiß, wann man mal wieder Toilettenpapier braucht, ne? In großen Mengen. Bleiche ist es, genau. Bleiche. Da ist nochmal Toilettenpapier. Hammerhart, ey. Zack. Aber das läuft gut. Ich werde, glaube ich, gleich tatsächlich eine ganze Lieferung Toilettenpapier holen. Komplett. Und stapel das dann hier komplett hoch. Also einmal 10, 10 Kartons Toilettenpapier. Wasser können wir auch schon mal wieder nachfüllen. Milch war, glaube ich, auch schon wieder leer. Milch übrigens auch bei mir der absolute Burner. Beziehungsweise, was heißt bei mir, das müsste eigentlich überall so sein. Milch hat eine super große Gewinnspanne. Erfolgreicher Tag. So, jetzt machen wir aber mal dicht. Wir haben 4.400. Ja, 4 Dollar haben wir drin. Wir könnten viel höher gehen. Aber durch, und wir sind halt immer noch, wenn wir auf, guck mal, auf 11, ne? Wäre das 7, wäre das 7 Dollar. Aber dafür wird viel zu wenig gekauft. Und wenn wir es hier auf 8 haben, haben wir immer noch 4 Dollar. Und es wird richtig viel gekauft. Und auf 11, irgendwie kauft das keiner auf 11. Und so ist es auch voll okay. Es ist doch voll okay. Ja, gleich wieder alles nachfüllen. Das wird natürlich ein bisschen mies und anstrengend. Aber was mutt, der hat Mut. Und das heißt, gleich einmal wieder durch das Ganze, durch den ganzen Laden rennen. Und dann gucken, was so geht. Wir machen erstmal einen Tagesabschluss. Kratsching. 43 Kunden, sehr schön. Supermarkt-Punkte 300. Bestellkosten waren 1,5. Und wir haben nur 135 plus gemacht. Ich habe noch so viel im Lager, ne? Daran liegt das, glaube ich. Daran liegt das, glaube ich. Ein bisschen zu viel bestellt, maybe. Kann gut sein. Aber dafür ist der Laden jetzt voll. Und der nächste Tag wird dann nochmal deutlich ergiebiger. Aber jetzt erstmal wieder nachfüllen. Toilettenpapier ist vom Preis runtergegangen. Auf 13 nur noch. Oh, das ist schlecht. Dann werde ich nicht mehr so viel bestellen. Ich bleibe jetzt bei 14. Dann bestelle ich jetzt nicht mehr so viel Toilettenpapier nach. Und das ist auf 18. Dann bestelle ich lieber nochmal mehr ein paar Tabs und so Sachen. Aber erstmal komplett auffüllen. Bis zum nächsten Mal. So, das war mal eben in Windeseile alles aufgefüllt, was da ist. Und jetzt heißt es natürlich nochmal nachbestellen. Wir brauchen auf jeden Fall, was ich schon gesehen habe, die Macaroni. Und die laufen tatsächlich ganz gut. Deswegen hole ich mal drei Stück. Einmal noch Reserve. Dann brauchen wir noch einmal, oder ja doch, Öl von beiden Sorten. Also mal eben das Öl eintippen. Eins und eins. Dann passt das hier soweit. Das passt auch alles. Jawohl. Dann brauchen wir noch einmal diesen Reiniger. Diese Handseife. Ist das unter Hand? Jawohl. Handseife einmal. Dann brauchen wir zwei Sorten Kaffee jeweils. Den Kaffee in dunkel und in hell gerüstet. Und dann haben wir schon alles. Ja, das sieht auch gut aus. Ah ne, noch einmal Schokolade, würde ich sagen. Das einmal Schokolade. Und vielleicht noch einmal das Mehl. Passt das noch? Ja, es passen noch genau zwei rein. Also gehen wir in die Schokolade. Und noch einmal das Mehl. Und zwar das gelbe. Und wir haben genau zehn Kisten. Eine Lieferung komplett. 300 Dollar Gesamtkosten. Und hier fliegen sie durch die Gegend. Das Mehl schmeißen wir erstmal gezielt da hinten hin. Das Öl haben wir hier vorne. Jawohl. Schon mal alles verteilen. Die Makaroni sind hier. Eins, zwei, drei. Zwei Stück ausladen. Und eins kommt schon direkt ins Lager. So. Perfekt. Und dann haben wir hier Öl. Das haben wir hier auch hinten in dem Bereich. Direkt einmal platzieren. Das ist hier vorne. Kaffee ist da hinten. Jawohl. In der Ecke. Beide Sorten. Na komm. Und dann haben wir noch die Schokolade. Und damit sind wir quasi dann gleich gewappnet. Was halt cool ist. Man kann hier diese Stapel so an die Wand schieben noch. Dann stehen die alle glatt an der Wand. Das ist richtig cool, ja. So. Das reicht auch. Da haben wir sogar noch einen offenen. Das passt. Das machen wir aber voll. Und vielleicht hole ich doch noch mal einen nach. Beziehungsweise ich halte das einfach mal im Blick. Wenn zu viel Kaffee geht, dann muss ich echt noch was nachordern. Bei Mehl passt es soweit. Mehl könnte ich vielleicht sogar auch bald ein bisschen reduzieren. Je nachdem, wie viel das irgendwie noch geht. Oder was vielleicht noch dazu kommt. Und vielleicht muss ich gar nicht so ganz viel Mehl da stehen haben. Reicht vielleicht auch die Hälfte. So. Die Macaronis machen wir mal eben voll. Eine Kiste, ein Regal. Das ist natürlich mega praktisch. Hier renne ich gerade an der Seife vorbei. Dann haben wir die auch ausgepackt. Jawohl. Dann haben wir hier nochmal ein Macaroni. Eins bleibt also übrig. Das kommt dann da drauf. Zack. Und dann haben wir nur noch das normale Öl. Und sind danach startklar für die nächste Runde. Zack. Ich mache Licht an. Let's go. Ich mache auf den Laden. Und dann bin ich gespannt, was geht. Es kann ja eigentlich nicht so viel passieren. Denn wir können ja immer bis 9 Uhr, also bis 21 Uhr abends, immer noch nachordern, falls irgendwie was fehlt. Tagliatelle. Ja. Die muss ich auch im Blick behalten. Die laufen zwischendurch mal ganz gut. Tagliatelle. Tippe ich schon mal ein. Zucker tippe ich schon mal ein. Oder hatte ich den noch? Eier. Nudeln. Ja. Tippe ich schon mal ein. Also das wäre was, was mir noch was knapp werden könnte. Die. Das sind die Tabs. Nee, die nicht. Aber vielleicht auch. Die muss ich auch mal. Die Nudeln. Nee, unter Macaroni. Und da, was haben wir sie denn? Ach nee, die Spaghetti. Die Spagetten brauche ich. Das war's. Also, Spagetten. Zack. Einmal nachgeordert. Ich mache einmal noch die Tabs. Nee, die Tabs nehme ich wieder raus. Davon habe ich noch drei in der Kiste, in der Ecke stehen. Zack. Aber den Zucker nehmen wir noch mal mit rein. Und zwar den Puderzucker. Läuft. Weichspüler und so weiter. Wird auch schon alles genommen. Reis läuft auch gerade ganz gut für die ersten Kunden. Einfach schon mal im Blick behalten. Öl sieht auch noch gut aus. Ist heute wieder. Sind heute Reiswochen oder was? Da ist der Puderzucker schon wieder. Zack, zack, zack. So, und dann läuft das Ganze. So, muck wieder. Hier schön den Reis dabei. Die Macaroni dabei. Sehr gut, Alter. Sehr, sehr gut. Guck mal, jetzt stehen sie hier auf einmal Schlange. Und hier ist frei. Das ist auch noch nicht so richtig balanced. Woran das liegt. Warum die jetzt nicht an den gehen. Warum sie hier dann lieber in der Schlange stehen, anstatt zu einem Freien zu gehen. Das ist natürlich ein bisschen eigenartig. Jawohl, gönn dir das Brot. Da habe ich richtig guten Marge dran. Oh, der Apfelsaft geht runter. Der Apple Juice. Da ist er. Zack, 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 zack. Alles leer. Jawohl. James Bond geht auch einkaufen hier. Jawohl. Das sieht alles gut aus. Der Kaffee sieht noch gut aus. Ja, und so hat man dann tatsächlich irgendwie am ehesten noch alles im Blick mit den ersten Mitarbeitern. Es ist, wie gesagt, es ist einfach bestes Leben so, ne? Ich meine, die kassieren natürlich super langsam. Aber sie kassieren. Und solange die Kunden nicht irgendwie abhauen, ist doch alles gut, ja. Dann ist doch alles gut. Jawohl. Noch ein paar Tabs dazu. Ob die... Alter, der gönnt sich direkt vier Stück. Fünf Dollar fast Marge da dran. Tipptopp. Tipptopp. Turco-Cola. Jawohl. Mach voll das Ding. Genauso und nicht anders. So, Moke wieder. Ich glaube, die Bleiche wurde auch geplündert. Jawohl. Weg mit dem Riesenkarton. Kühlartikel laufen noch gut. Kein Stress damit. Dann machen wir hier schon mal wieder voll die Tabs. Ach komm, einer fehlt. Kann mal einer Tabs kaufen? Will noch einer Tabs kaufen? Ich habe gerade Tabs im Angebot. Ja. Perfekt. Danke. Siehst du, der läuft. Aber man muss die Leute auch mal proaktiv ansprechen, damit die dann auch mal richtig was kaufen. So, was haben wir hier noch? Unten. Zap, 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 zap. Ist aber noch nicht so wirklich viel von gegangen. Aber die Schokoflocken, die holen wir nochmal eben aus dem Lager, wenn sie denn da sind. Yo. Keine Schokoflocken oder was? Ne. Tatsache. Aber die zwei, die werde ich auch schon auch los hier, oder? Zack, zack. Jawohl. So. Was halt richtig praktisch ist, dass sie, dass sie nicht kollidieren aneinander, die Leute. Oder auch mal durch so Kisten irgendwie durchlaufen. Das ist richtig, richtig, richtig gut. So. Joghurt, Milch, auch noch alles. Läuft noch alles. Toastbrot. Toastbrot müsste am besten noch besser laufen. Ich sage dir. Mehr Brot kaufen. Das ist das einzige Brot. Ich mache das mal auf 4,50. Haben wir immer noch 3 an Gewinn. Hauptsache es läuft besser. Und jawohl. Diese Milch. Das ist das Beste. Davon müssen sie viel kaufen. Das macht mich richtig rich. Diese Milch. Best. Sie haben am meisten Gewinn da dran. Jawohl. Die Nudeln gehen auch langsam raus. Das sind die hier. Tiptop. Ja, so ist es cool. Dann hat man das schön im Überblick hier. Die Kasse geläuft automatisch. Und dann kann man sich schön entspannt um die wichtigen Dinge kümmern. Es geht so weit nichts aus. Bis auf Zuckro. Der Puderzucker. Und bevor gleich Ende ist, mache ich nochmal ein Puderzucker mehr. noch irgendwas. Toilettenpapier reicht auch noch alles. Oh, Abfahrt. Machen wir mal eben die Bestellung startklar. Eben die 3 Kartons. Und dann läuft das auch. Alter, jetzt kommt er an mit der... Jetzt kommt er an hier mit der Spagetten oder was. Zum Glück habe ich einmal Spagetten bestellt. Die besten Spaghetti aller Zeiten. No Name. Es ist so dunkel. Es wirkt so richtig dunkel hier in dem Laden. Aber ich glaube, das liegt daran, dass der Boden, der Fußboden auch so dunkel ist. Eigentlich ist es gar nicht dunkel. Da geht der Käse gerade weg. Wait a minute. Machen wir erstmal das Ding leer. Läuft, läuft, läuft. Wir haben 9 Uhr. Es kommen immer noch Leute. Jawohl. Die Leute kaufen noch wild ein. Tip top. Wie sieht es mit dem Öl aus? Eier auch noch. Zack, 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 zack. Auch leer das Ding. Ja, so geht das doch. Oh, da hinten. Doch, das passt noch. Ja, zwei oder drei Fächer pro Artikel. Und das Ganze wird deutlich entspannter und regelt sich quasi von selbst. Es reicht quasi, ne? Es reicht ja, wenn jeder Artikel für eine Einkaufsphase für einen Tag sozusagen ausreichend vorhanden ist. Dann ist doch alles gut. So, das Olivenöl kriegen wir doch bestimmt auch noch rein. Das normale Öl. Ja, müsste auch reinpassen. Da ist es. Zapp, 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 zapp. Jawohl. Ab dafür. Und das Mehl. Guck mal, heute geht das Blaue. Das ging ja mal lange nicht. Heute ging mal wieder das Blaue Mehl. Schokolade auch noch mal nachlegen. Die Süßigkeiten hier drunter auch noch mal. Jawohl. Was haben wir da? Da haben wir noch ein paar Kuchen. Die gehen auch mal mehr, mal weniger. Aber im Moment scheinen sie wieder zu gehen. Zack. Jetzt fehlt sogar der andere Kuchen. Oder wait, ist der da drüber? Ja. Siehst du? Perfekt. So, raus mit den Kartons. Und der letzte Kunde, die letzte Kundin geht auch gerade tiptop. Und damit haben wir es wieder geschafft. Der Tag ist durch. Der Tag ist rum. Wir wurden, ich sag mal, normal geplündert. Es ist nicht zu viel. Es war nicht irgendwie unmöglich, das Ganze zu schaffen. Also, sehr angenehm vom Tempo. Ich meine, klar, wenn die Kassierer schneller würden, schneller kassieren würden, wäre das ja nicht schlecht. Ja, passt aber. Okay. Alles erledigt. Tagesabschluss. Gute Arbeit. Männers. Drei Leute weniger heute da gewesen. Aber 1300 Gewinn. Wir sind bei 5700 Flocken. Und damit dem ganzen, ja, dem nächsten Level hier ein ganzes Stückchen näher gekommen. Geschnittenes Brot hat den Preis gesenkt. Das ist schlecht. Geschnittenes Brot. Dann gehen wir jetzt auf 4. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Auf 4. Dann gucken wir nochmal eben rein. Wir haben Rechnung. Wir haben Rechnung zu bezahlen. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Jetzt ist gerade Cash da. Dann raus damit. Wir haben Lizenzen, die wir kaufen können. Für 750 die nächste Lizenz. Aber da gehe ich noch nicht rein. Das bedeutet wieder nochmal einen Puderzucker. Nochmal Eier im Vierer-Paket. Thunfisch, Honig, Parmesan und Mozzarella. Das bedeutet noch mehr Kühlregale. Und den Platz habe ich gerade nicht. Das heißt, keine weitere Lizenz erstmal. Sondern so wie es ist, erstmal weiter durchziehen. Die Kohlen kommen rein. Also wenn ich jetzt mit 5600 pro Tag im Plus bin, ist es auch absolut ausreichend. Und damit mache ich dann halt ausreichend Cash, um dann mit dem Cash erstmal den Laden zu vergrößern. Und wenn dann der Laden vergrößert ist, dann geht es weiter. Dann kann man eben auch hier weiter anbauen. Aber so wie es ist, ist es schon mal ganz gut. Ich fülle jetzt hier nochmal nach. Und dann geht es weiter. Und man kann hier einfach non-stop weitermachen. Es ist so ein Flow. Man macht einfach, gerade jetzt, wo die Verkäufer da sind, ganz easy. Man füllt alles schön auf. Sieht zu, dass der Laden wieder läuft. Und dann lässt man die nächste Horde von Leuten rein. Schmeckt. Kann man sich wirklich gut geben, das Ganze? Ich denke, ich werde auch die nächsten Tage noch ein paar Mal im Stream da reinschauen. Weil macht irgendwie einfach Bock. Also es ist ein ganz entspanntes Game. Kann man sich gut gönnen, wie gesagt. Und gerade mit den angekündigten Erweiterungen. Da macht es da natürlich nochmal mehr Bock. Ich gehe mal gerade hier speichern ins Menü. Und dann gucken wir mal eben hier. Moving Items Without Boxes. Das soll eben auch noch mit dazu kommen. Also ohne die Kisten, die verschiedenen Artikel hin und her stellen. Ähm, was haben wir hier noch? Door, bla bla bla. Store Area, das wird auch noch. Ähm, Lager, Storage-Regale für die Kisten. Detailed Settings im Menü. Ja, gucken wir mal. Cleaning kommt mit dazu. Customization, okay. Äh, Decoration kommt auch noch mit dazu. Äh, Selbstkassierkassen. Das wird natürlich auch nochmal spannend. Shoplifters, also Einkaufswagen. Also wilde Sachen noch. Oh, und das sieht natürlich auch noch gut aus, ne? Online Order to Deliver Around the City. Das heißt, ich habe heute im Stream noch gefragt. Mensch, was soll man denn mit so einer riesen City? Buying a house. Alter. Und wenn man hier in der City dann Aufträge annimmt und dann liefert, dann wird das Ganze ja noch ein ganz anderes Ding. Also, super spannend. Ich bleibe auf jeden Fall nochmal dran. Und bin gespannt, was da noch alles dazu kommt. Und wie gesagt, gerne auch nochmal schreiben, wenn es dir gefällt. Und wenn das was für dich wäre im Stream. Daumen da lassen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.